hallo und grüßeng zu 828 und zwar zu einem kleinen let's show habe ich auch versprochen von einem meiner aktuellen offline spielstände und jetzt werdet euch denken aha aha da ist aber nicht viel passiert naja ganz einfach ich habe gedacht ich zeige euch den anfang von dem spiel stand damit man auch ein gefühl dafür hat was sich so entwickelt hat was ich so gemacht habe also das was ich jetzt hier seht ist der komplette start von der map die ich da gespielt habe im prinzip so quasi drei dörfer drei dörfer fünf dörfer so pano drei züge wollte ich sagen was auch nicht stimmt ein bisschen mehr vier züge so also da ein kleines dorf mit fabrik da ein bisschen größeres sag ich mal jetzt haben wir hier selbe situation hier wobei da sind ja einiges mehr an fabriken und das ist auch schon relativ große stadt und da ganz was frisches entstehen und jeweils ist ein personenzug unterwegs und ein güterzug ja da ist der start und dann würde ich sagen springen wir mal ich glaube zwei jahre nach vorn dann seht ihr was ich in den zwei jahren getan hat kleine moment so jetzt sind wir zwei jahre in die zukunft gesprungen und ja es regnet super so vielleicht erkennen sie diese achse hier wieder das war eben die die ich vorher gezeigt habe ich gesagt habe große stadt mit mehreren fabriken die waren hier sie nicht mehr da und eben die ganze achse darüber da fahren jetzt nur mehr personenzüge und zwar vier stück und die ganze ja die ganze waren waren lieferung ist alles ausgelagert darf so einen zentralen punkt von hier aus eben eigene güterzugleise die da alle städte jetzt mit warenversorgung und die warenlager sind relativ dezentral sage ich mal an allen möglichen stellen verteilt also hier habe ich eben den ansatz verfolgt bei dem spiel dass ich waren und passagiere getrennt behandeln also nicht die gleichen gleise verwenden sondern das wirklich komplett trenne und entsprechend wird auch hier zugeliefert mit dem eigenen gleis und da oben da in dem fall ist es noch so wie es ursprünglich war oder zum teil so wie es ursprünglich war nämlich dass da das zweite gleis genutzt wird für den warntransport ja und die stadt hat sich schon gut entwickelt sage ich mal in den letzten paar jahren monaten 30.000 haben wir jetzt schon fast und ich sage mal so weiß nicht ob ich ob euch die bilanzen interessieren aber hier in diesem spiel ist auch so da habe ich probiert dass ich das geld möglichst mit zügen verdienen und weniger mit immobilien also alles was ich hier mache an immobilien ist ja nach und nach ein bisschen was dazu bauen aber ich verkaufe nichts also war auch ein versuch von dem spiel wo ich gesagt habe ja jetzt mal nicht alles wieder verkaufen sondern einmal alles behalten und schauen wie sich das finanziell niederschlägt ob man da trotzdem halbwegs gut geld verdienen kann wenn man immobilien nicht verkauft ja und man sieht auch hier zum teil habe ich schon das eine oder andere größere haus gebaut waren sind ja genug da und ja die tochterunternehmen sind auch schon ein bisschen was wert also da fließt auch schon einiges an geld ja dann springen wir wieder ein stückchen nach vorn so das ist jetzt noch mal sechs jahre nach vorn gesprungen und so ich drehe es vielleicht wieder so hin wie es vorher war dass man ein bisschen bessere orientierung hat also im prinzip sieht man schön hier das wächst einfach die transportlinie vom von den gütern sind inzwischen ja schon schön in die stadt eingewachsen sage ich mal teilweise sieht man auch schon andere züge und da gibt es jetzt eben auch schon eine verbindung darüber die sich jetzt komplett durchzieht wie es da ganz hinten und hier bin ich eben gerade sieht man schön beim umbauen auf höhere gleise da gibt es schon den ersten erhöhten bahnhof hier glaube ich auch hier ist gerade in vorbereitung da bin ich gerade beim umbauen und da habe ich jetzt auch angefangen die waren lieferung ein bisschen auszulagern darüber hier auf eine eigene achse da komplett alles zusammen geschlossen mit tunnel und so weiter das ist mehr oder weniger so fast eine rundfahrt die das hier versorgt und auch neu ist die verbindung da außen also hier das habe ich dann im endeffekt wo vorher zu ende war verlängert und fahr jetzt da außen rum bis hinten hin wo vorher auch schluss war also die sind jetzt außen rum auch noch verbunden und ja die waren lieferung auch entsprechend verlängert darauf und wie man sieht auch schon in shinkansen gebaut ja wie schaut es da jetzt aus 70.000 einwohner ist schon eine kleinstadt eine geschäftsstadt und ja bilanz da verdienen wir mittlerweile wesentlich mehr die der schätze der tochter unternehmen hat sich auch verfünffacht also richtig viel passiert und alles echt schön schön gewachsen ja dann springen weiter so wie ein paar jahre in die zukunft da nach wie vor baustelle allerdings wie man sieht die trassen erhöhung schon fortgeschritten geht mittlerweile immerhin bis hierher und die umfahrungslinie da draußen da bin ich auch schon beim umbauen da sind die städte auch schon ordentlich gewachsen und auch hier vielleicht erinnert ihr euch an das das war ein bahnhof der war noch komplett da war noch alles komplett leer beim letzten beim letzten speicher stand sonst ist glaube ich direkt jetzt nicht viel passiert ich habe einfach optimiert optimiert als ein bisschen weiter ausgebaut und einiges an hochhäusern gebaut wie man hier sieht also ja ich sage mal so ich habe zwar nichts verkauft wieder ich habe echt probiert gut selber in stadtwachstum zu investieren so schauen wir uns das mal bei tag an ist vielleicht ein bisschen netter und schaut mal da was fliegt denn da wird doch nicht etwa ein flugzeug sein doch also in dem safe game gibt es auch einen flughafen wie man jetzt hier sieht weiß noch ob ihr das a train 9 let's check schon gesehen habt da ist ja der flughafen keine ahnung fünfmal so lang oder so hier die landebahn ist wirklich winzig vor allem im vergleich dazu wie groß die flugzeuge seien die hier landen also darum habe ich ja beim a train 9 jetzt check gesagt ich finde die dimensionen viel viel besser ja schauen wir mal wann das nächste kommt könnt ihr es noch mal anschauen da kommt wieder eins rein ja vor allem spektakuläre landung also so einen kurzen landeweg und vor allem so einen kurzen startweg wirklich respekt vor den piloten ja und jetzt auch hier vorne und hinten der gesperrte bereich sozusagen das ist der den man freilassen muss als einflug und start schneise das gibt es dann beim neuner ja auch so stadt ja inzwischen haben wir fast 100.000 einwohner und wir haben mit dem zügen verdienen wir auch schon über eine million jetzt doch dort nehmen mittlerweile 20 millionen wert also da sieht man auch die einnahmen steigen ständig die ausgaben auch weil ich das alles eigentlich gut reinvestieren immer wieder okay und regnen tut es auch dauernd aber was soll es gehen weiter zum nächsten so willkommen im winter so was ist da jetzt inzwischen passiert also hier die achse alles noch mehr oder weniger beim alten allerdings ist da ein bisschen was passiert da habe ich jetzt angefangen da eine eigene linie die mittlerweile zum teil unterirdisch fährt so eine linie die da eigentlich ja wie soll ich sagen quer durch die ganze map fährt also da sieht man auch die künftigen ausbaupläne die schlängelt sich da wirklich toll durch teilweise eben auch sogar unterirdisch kommt da wieder raus und die geht im prinzip momentan bis hierher gibt es auch pläne die weiter auszubauen da herrüben ja ist auch mittlerweile sehr stark gewachsen die gleiserhöhungen sind auch fortgeschritten also mittlerweile sind wir bis da am fluss und dann dahinter ja die zufahrtsbrücke war ja immer schon erhöht also die ganze strecke hier jetzt durchgängig erhöht und auch darunter mittlerweile aufgeräumt da fährt jetzt die güterlinie mittlerweile ein bisschen da außen rum bisschen aufgeräumter ja das kolosseum das ist ja ganz am anfang schon da gewesen ja schauen wir mal unterirdisch ich sage mal so viel passiert noch nicht unterirdisch nur ein paar umfahrungen sozusagen ok so sonst noch irgendwas wichtiges ich glaube nicht kurzer blick auf die daten 116.000 passt würde ich sagen springen weiter so das ist jetzt wieder vier jahre vergangen muss die map noch richtig hindrehen so ja mittlerweile sieht man da endlich auch alles schön erhöht auf der achse und drunter auch schon fleißig gebaut teilweise kaufhäuser und ähnliches sogar also hier wirklich großzügig erhöht und die linie geht jetzt auch wirklich raus bis hier in neue stadt sozusagen mit endbahnhof und eine neue achse die hier entstehen wird sieht man auch schon die vorbereitungen da ist ein bahnhof da sogar viergleisig geht hier noch ins leere geht hier aber rauf und bildet die verlängerung von der einen linie die wo ich vorgezeigt habe so schön quer durch die stadt geht die endet jetzt auch nicht mehr da oben sondern geht jetzt mittlerweile die runde zurück und findet schlussendlich denn das ende hier wobei da glaube ich ursprünglich der plan war das dann schlussendlich bis da runter zu verbinden muss ich exakt schauen weiß ich jetzt gar nicht mehr ob ich das gemacht habe das werden wir schon sehen ja mittlerweile die ganzen frachtlinien auch sehr schön von der stadt geschluckt also das mache ich immer gern wenn man die fast nicht mehr heraus erkennt zwischen den hochhäusern ja und teilweise schon sehr dichtes stadtgebiet schinkansen schlängelt sich da schön durch schauen wir mal da haben wir jetzt 137.000 einwohner flugzeug und ja doch der neue mittler ist 37 millionen wird ja also schön groß und verschachtelt mit der weil er die einzelnen fahrpläne glaube ich zeige ich euch jetzt nicht also das wäre doch ein bisschen zeitaufwendig kann ich mir vorstellen vielleicht nur eine kleinigkeit zum erwähnen was ich hier auch unbedingt machen wollte ist möglichst alles zweigleisig lösen wie man sieht also hier gibt es extrem wenig viergleisige abschnitte und wenn dann mehr so parallel führungen von zwei und zwei gleisen sonst eigentlich alles alles zweigleisig was mir persönlich sehr gut gefällt muss ich sagen also das 8 train 8 let's play was ich gemacht habe da habe ich ja probiert ein bisschen groß zu fahren mit vier gleisen und so weiter ich muss aber euch ganz ehrlich sagen hier die zwei gleislösungen finde ich einfach ein bisschen eleganter also sollte ich irgendwann wieder ein 8 train let's play machen oder zufälligen bahngigant let's play dann werden wir es wieder zwei gleise probieren denke ich so ja springen weiter so noch mal ein paar jahre in die zukunft jetzt mittlerweile sind wir genau hier ist der viergleisige abschnitt an den erinnert ihr euch vielleicht doch gerade von vorher da ist jetzt auch schon mittlerweile stadt entstanden und ich habe wie angekündigt die linie wirklich rauf verlängert und im endeffekt mit der von oben verbunden so dass da jetzt eigentlich quasi eine rundlinie entstanden ist wenn man da jetzt komplett durchgängig folgen wird wird man komplett die runde kommen dann habe ich das hier natürlich jetzt auch verlängert da fahren jetzt mittlerweile ein bisschen flottere züge zum teil wie man sieht und schließt da hinten an wo ich eigentlich ursprünglich da rein bauen wollte aber dann doch mich für einen kopfbahnhof entschieden habe aus welchem grund auch immer und ich war mir da zu wenig platz und ich wollte keine hochhäuser abreißen für weitere bahnsteige sonst sage ich mal alles einfach nur gewachsen 175.000 einwohner mittlerweile und kommen auch mal rein schauen wie viele züge sind jetzt hier mittlerweile am weg ja gar nicht so viele wie ihr seht 25 von den passagierzügen und 8 güterzüge also man kann wenn man sich die zeit nimmt und 35 jahre ist natürlich jetzt viel auch eine schöne stadt aufbauen mit wenigen zügen sag ich mal ja sehr schön gewachsen da teilweise schon recht komplexe gleisgestaltungen da unten auf der untersten ebene waren umverteilung gestaltet sich hier wenn man so eine große stadt hat zum teil schon relativ aufwendig sag ich mal so weiter geht's ok so sind wir schon 2040 ja einfach alles weiter gewachsen hier habe ich auch angefangen mich noch ein bisschen auszudehnen sieht man auch immer schön wie die pläne weitergehen werden immer schön markiert sozusagen schon sonst am netz glaube ich hat sich nicht viel getan teilweise ein paar anpassungen was die waren angeht teilweise auch auf den kartenrand raus gefahren um überschüsse abzuliefern da glaube ich auch ja mittlerweile gibt es auch eine magnet schwebe bahn eine einschiembahn und ja einfach geschaut dass die stadt weiter wächst fast 200.000 inzwischen und da wir machen auch gutes geld ja mittlerweile über vier millionen da schon das gap zwischen einnahmen und ausgaben und das nicht am jahresende ja gibt es sonst noch was habe ich da schon u bahn ich müsste es gerade lügen schauen wir den untergrund aber ich glaube da habe ich noch keine oder habe ich auf der map überhaupt welche gemacht ich glaub gar nicht nur ein paar unterführungen genau zum ausweichen aber sonst glaub ich ob man habe ich da keine gemacht ja künstlich künstlich wertvolle ausweichen ok ja dann würde ich sagen spring mal zum letzten speicherstand ja und es regnet natürlich wieder mal super und ja was ist hier passiert einfach alles weiter ausgebaut da habe ich da außen rum da parallel zur magnet schwebe bahn noch eine linie gebaut die einfach da rauf und runter fährt und da unten dann irgendwann die kurve macht und hier anschließt wo das ja wo es im endeffekt noch zu dem offenen gleis stück runter geht das da ist da ist noch nicht so viel passiert ähm sonst glaube ich habe ich meine ich nichts mehr gemacht nö das war es mehr oder weniger ja also jetzt das ende von dem safe geben wie schaut es da aus 216.000 ähm ich glaube geld verdienen tue ich auch gut naja sieht man ja hier mittlerweile echt viel bares auch ähm ja ich muss sagen ist eines meiner lieblings safe games äh weil mir einfach die linien führung extrem gut gefällt und das ganze so herrlich herrlich verschachtelt ist und trotzdem irgendwie alles gut strukturiert und weil ich mit relativ wenigen zügen auskomme also ich habe ja gerade mal 40 das ist ja nicht dass das limit man könnte noch auf 60 erhöhen und auch teilweise richtig schön unterschiedliche züge ausprobiert also ja hat echt spaß gemacht so jetzt hätte ich aber gern ohne regen zum abschluss geht das irgendwie super dankeschön fein ja soll man was macht man zum abschluss soll man doch mit irgendeinem zug mit fahren fährt da einer halbwegs weit ich glaube nicht die fahren alle nur so kurz naja sonst besuchen wir die map irgendwann nochmal kann man das auch machen noch mal kurz da reinschauen was zahlen wir denn da mittlerweile vier milliarden vermögensteuer ja nicht schlecht ok ja das war's das letzte show von 818 hoff das war recht halbwegs nett mit dem safe games die ich mir da aufbewahrt habe dass man ein bisschen so die entwicklung anschauen kann ich muss sagen mich hat es gefreut wieder mal in der stadt vorbeischauen weil ja die hat sich echt toll entwickelt muss ich sagen also da ist schön viel passiert zum teil war ja auch lang nicht mehr da passt dann sage ich alles liebe alles gute bis zum nächsten mal tschüss ciao für denk und papa tschüss 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 tschüss